So, wir haben eine strahlende, eine glückliche Luise Heim bei uns. Luise, herzlichen Glückwunsch, Einzug ins Finale, Matchball gehabt im zweiten Satz und dann den dritten geholt. Wie geht's dir? Gut, ich bin echt einfach nur glücklich. Ich kann kaum was sagen, ich sag's euch. Also, es ist so schön hier zu spielen mit dem Publikum und da weiß man einfach, wofür man trainiert. Also, es macht so viel Spaß. Wenn ihr Luise morgen sehen wollt, kommt ab 11 vorbei, ist jetzt völlig egal, wann du spielst, oder? Ja, ist egal. Feuert sie an, nicht nur alle Bielefelder, sondern alle, die kommen wollen und du könntest jetzt wahrscheinlich die ganze Welt umarmen, oder? Auf jeden Fall. In diesem Sinne nochmal herzlichen Glückwunsch und fettes Like von euch allen für Luise Heim. Dankeschön.